Hast du dich schon mal gefragt, wie dein Leben wäre, wenn du selbstbestimmt wärst? Wenn du die Dinge tun könntest, auf die du so richtig Bock hast. Wenn du genügend Zeit und Geld zur Verfügung hättest, um all die Dinge zu tun, die du gerne machen würdest. Also ich habe mich seit, ich würde sagen, 30 Jahren das gefragt, weil ich dachte, es kann doch nicht alles sein, was wir hier haben. Und spätestens als ich Mutter wurde, war mir klar, es muss sich irgendwas ändern. Raus aus dem Hamsterrad, raus aus diesem 9 to 5. Ist es möglich, dass ich mit meinen Fähigkeiten ein Business aufbaue, eine Selbstständigkeit aufbaue, die mir mehr Geld bei gleicher Leistung bringt? Und ich sage dir was, es gibt so ein Business. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann schau meine kommende Videoserie an. Ich freue mich auf dich. Ich habe den Kiyosaki Cash Flow Quadranten kennengelernt. Und so sieht er aus. Das A steht für den klassischen Angestellten. Wie verdient er sein Geld? Du kriegst ein festes Monatsgehalt. Er hat einen vorgefertigten Arbeitsplan. Vorgefertigte Arbeitszeiten. Ja, 9 to 5 meistens. Und natürlich ein Chef, der ihm sagt, was er zu tun hat. Und er steht am meisten auf Sicherheit. Das S steht für Selbstständigkeit. Hier kannst du schon ein bisschen mehr Geld verdienen. Aber selbstständig sagt es schon. Du arbeitest meistens selbst und ständig und bist ein Einzelkämpfer. Das B steht für Business, für Unternehmertum. Und wenn du hier bist, hast du es schon richtig geschafft. Weil du wirst nicht nur nach deiner eigenen Leistung bezahlt, sondern meist auch nach einem funktionierenden System. Und du partizipierst an der Leistung eines tollen Teams. Und wenn du ein I hast, also ein Investor bist, dann investierst du in Unternehmen. Und dann wirst du richtig genial mit dem Cashflow. Wie ich es geschafft habe, beim nächsten Video erfährst du mehr. Vom Kiyosaki Cashflow Quadranten habe ich dir ja schon ein bisschen was gesagt. Ich habe mir dann die Frage gestellt, wie komme ich denn von A, also vom klassischen Angestellten, zum Unternehmertum. Ganz einfach, du brauchst dafür drei Faktoren. Ein funktionierendes System mit Produkten und Lösungen, für das eine große Nachfrage auf dem Markt besteht. Und dass du auch Alleinstellungsmerkmale hast. Das zweite ist, du brauchst ein Team, ein funktionierendes Team, das wie ein Zahnrädchen funktioniert. Und das dich im besten Fall unterstützt, wo ihr Fähigkeiten und gemeinsame Stärken zusammenwerft und was Großes draus macht. Und aus meiner Sicht brauchst du noch was, das ist Begeisterungsfähigkeit. Begeisterungsfähigkeit ist nämlich die bestbezahlteste Fähigkeit der Welt. Wie siehst du das? Freue mich auf deine Kommentare. Ich habe vor dreieinhalb Jahren ein geiles Business System kennengelernt. Und ich arbeite heute, ich würde sagen, natürlich arbeite ich vielleicht einen Ticken mehr, aber es macht mir Freude. Aber was ich wirklich habe, ist, ich verdiene nicht nur an der Leistung von mir selbst, sondern ich partizipiere am Erfolg von vielen. Und das ist das für mich, das Geschäftskonzept der Zukunft. Wenn dich das interessiert, melde dich gerne. Im Endeffekt, ich nenne es immer das Geschäft aus der Dose. Du kannst dich registrieren, bekommst eine Lizenz, bekommst großartige Produkte für den täglichen Bedarf. Dazu in einem anderen Video. Und du kriegst ein Ausbildungssystem, ein kostenloses. Und du lernst die Dinge, die wirklich wichtig sind, damit du erfolgreich wirst. Es ist eine faire Chance, ein Win-Win für alle. Und wenn dich das interessiert, melde dich gerne. Weil die Investition, die du dafür brauchst, sind läppische 200 Euro. Das Einzige, was du mitbringen musst, ist einen starken Willen und Zeit. Ich arbeite mit Produkten, die ganz besonders sind. Es geht um Beauty, Gesundheit, Fitness. Das sind eigentlich so die Themen, die die Menschheit schon immer bewegt hat. Es geht um die ewige Jugend, die ewige Schönheit und das alles mit der Kraft der Natur. Meine Produkte können innerhalb von wenigen Minuten schon einen Unterschied zeigen. Das heißt, du siehst Resultate, Faltenminderung, mehr Ausstrahlung, straffere Haut. Das ist was, was wirklich extrem gut ankommt. Und dazu brauchst du nichts mehr, als selbst die Begeisterung dafür zu haben. Weil was in meinem Geschäft wirklich zählt, ist nicht Fake, nicht irgendwas erzählen, was nicht stimmt. Sondern Authentizität, Begeisterung und Ehrlichkeit. Und wenn du denkst, das könnte was für dich sein, dann melde dich gerne oder schau dir mein nächstes Video an. Mit meinem System bekommst du nicht nur gegen einen wirklich geringen Invest ein fertiges Geschäftsmodell, das du wirklich sofort in Binnen von Minuten anschließen kannst. Und du kannst ein stationäres Geschäft draus machen, aber auch ein Online-Geschäft. Und ich sage dir, das ist definitiv die Zukunft. Was ich für dich tun kann, ist meine Erfahrung weitergeben. Ich bin viele, viele Schritte schon gegangen in diesem Business. Ich habe sehr viele Fehler gemacht. Die brauchst du nicht mehr tun. Diese Umwege kannst du dir sparen. Und du partizipierst aus meiner über 25-jährigen Erfahrung aus Unternehmertum, Vertrieb und Marketing. Und ich bin sowas wie dein emotionaler Propotritt. Das heißt, ich erinnere dich immer an deine Ziele und ich bin in der Lage, deine Potenziale und deine Fähigkeiten, die sowieso schon in dir schlummern, aus dir raus zu kippeln. Denkst du, du hast genug Potenzial, um ein eigenes Business zu starten? Ich denke schon. Um heute ein System-Business zu starten, brauchst du keine besonderen Fähigkeiten. Das heißt, du brauchst kein Studium, keine Ausbildung oder keine Erfahrung. Was du brauchst, ist die Bereitschaft, Neues zu lernen. Du musst natürlich bereit sein, an dir zu arbeiten. Ganz wichtiger Punkt, weil das System funktioniert. Was meistens noch nicht funktioniert, ist so der Blumenkohl zwischen unseren beiden Ohren. Das heißt, die Ängste, die entstehen, die Herausforderungen, die entstehen. Und wenn du bereit bist, an dir zu arbeiten und die Mentalität hast, jetzt erst recht. Und auch sagst, hey, Können kommt von Wollen und ich übe so lange, bis ich es kann. Dann kann ich dir schon sagen, wirst du in wirklich geringer Zeit fünfstellige Einkommen im Monat generieren können. Ja, du hast richtig gehört. Dazu brauchst du aber Geduld, die Bereitschaft, deinen Hintern zu bewegen und natürlich die Bereitschaft, Neues zu lernen. Bist du so ein Mensch? Viele fragen mich immer, was passiert denn, wenn wir zusammenarbeiten? Ganz ehrlich, das Erste, was ich mache, ich möchte herausfinden, wer bist du? Woher kommst du? Was hast du bisher gemacht? Und was noch viel wichtiger ist, wo willst du hin? Was sind deine Träume, Ziele und Wünschen? Und wir schauen deine Stärken an. Vielleicht denkst du, du hast noch nicht so viel Stärken und Fähigkeiten. Und ich kann dir sagen, wenn du innerlich spürst, dass da mehr ist, wenn du genau weißt, wenn du ganz für dich alleine bist, eigentlich kann ich mehr. Ich traue mich nur noch nicht. Oder ich habe noch nicht die richtige Chance bekommen. Oder noch nicht den richtigen Mensch an der Hand, der mir den entsprechenden Kick gibt. Dann sage ich dir, bist du soweit. Was du brauchst, ist die Klarheit darüber, was willst du wirklich. Und auch die Klarheit darüber, dass du bereit bist, auch die Dinge zu tun, die getan werden müssen. Ganz ehrlich, ich verspreche dir nicht das Blaue vom Himmel. Es ist Arbeit und es ist ein Prozess des Lernens. Wenn das für dich ist, dann solltest du dich dringend bei mir melden. Ist es einfach, neue Wege zu gehen? Nein. Ich würde sagen, definitiv nein. Es ist natürlich eine große Herausforderung. Du springst aus deiner Komfortzone. Du machst Dinge, die du vorher noch nie getan hast. Das ist der eigentliche Prozess, das eigentliche Wachstum. Egal bei Dingen, egal was du vorhast. Und das muss dir einfach klar sein. Ich verspreche dir nicht, dass du von jetzt auf nachher Millionär wirst. Aber ich verspreche dir, wenn du bereit bist, die Realität zu betrachten, wo stehst du gerade, wo willst du hin und an welchen Fähigkeiten musst du arbeiten, damit du die nächsten Steps erreichst. Dann sage ich dir, wirst du ein Leben führen, das dich wahnsinnig stolz macht. Aber nicht nur dich, sondern auch deine Familie. Und was ich dir noch sagen kann, wenn du vielleicht in einer Partnerschaft lebst, auch das, was macht was mit dir. Frauen mit Erfolg und mehr Geld haben mehr Selbstbewusstsein, mehr Ausstrahlung. Das macht was mit deiner Beziehung. Und nicht nur dein Kontostand erfreut sich über Zuwachs. Auch dein Selbstbewusstsein. Und was das bedeutet, das kannst du dir wahrscheinlich jetzt noch gar nicht vorstellen. Aber was auch wirklich traumhaft ist, und das liebe ich auch schon, ist wirklich die Tatsache, morgens aus dem Bett zu hüpfen und sich auf die Arbeit zu freuen. Ich weiß nicht, das ist für mich das absolute Privileg. Und auch dieses Gefühl, Vorbild zu sein für meine Kinder. Auch das finde ich ganz wichtig. In der heutigen Zeit müssen wir Mütter vor allem zeigen, dass es da draußen mehr gibt als nur Schule und Lernen und Malochen. Sondern, dass es darum geht, sich ständig weiterzuentwickeln. Und wenn du als Mutter da vorangehst, wirst du damit deinen Kindern ein ganz großes Vorbild sein. Und du baust auch ein sicheres finanzielles Fundament. Für deine Kids und für deine Zukunft. Und ich finde, das ist wirklich richtig genial. Deine Energie und deine Ausstrahlung bestimmt deinen Erfolg. Mit meinen Produkten kriegst du schon mal eine richtig gute Ausstrahlung. Definitiv. Du wirst nämlich jeden Tag schöner, jünger und sexier. Und mit meinem Ausbildungssystem wirst du selbstsicherer, kompetenter. Und was das mit dir macht, das ist der absolute Wahnsinn. Also, sei der Tiger unter den Schafen. Trau dich. Steh auf. Werd laut. Meld dich bei mir. Und lass uns gemeinsam eine Delle ins Universum hauen. Ich freue mich auf deine Nachricht. Verstehen. Begrat. Verstehen.